Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute darf man Sie einladen zu einem kulinarischen Festtagsausflug rund um die Schweiz. Das Festtagsmagazin von GOP enthalten das mal nämlich neben praktischen Tipps, viele Ratschläge und interessanten Angebote, gerade auch noch raffinierte Menüvorschläge aus den drei Sprachgebieten. Bestimmt kein Sprachproblem gibt es beim Aperitif. Bringen Sie sich in Stimmung mit den feinen Häppchen, die den Appetit wecken und lustig machen auf das, was nachher kommt. Bis zum nächsten Mal. Alle die feinen Sachen, die wir Ihnen heute gezeigt haben, gibt es jetzt in dem Goldblader. Ausser dieser guten Bedienung natürlich. Aber mit dem Goldfestdags-Magazin sind Sie ebenfalls bestens bedient. Bestens bedient sind Sie wie immer auch mit dem Goldrezept aus der Studioküche. Wir dürfen uns jetzt schon von Ihnen verabschieden. Einen Vorschlag für ein feines Festlingsmenü gibt es auch bei mir. Es gibt Rindsfilet-Steek an Sauce Bordelaises. Zallererst habe ich mit der Sauce angefangen. Ich habe im Rotwein Kaktisiebel, Peterli und ein paar verdruckte Pfefferkörner aufgekocht und habe die Flüssigkeit um die Hälfte einkochen und reduzieren lassen. In der Zwischenzeit habe ich in Bouillon ein Markbein gekocht. Ich habe das Mark aus dem Knochen ausgelöst und in Würfel geschnitten. Ich habe in einem Teil dieser Bouillon einen Saucewürfel aufgelöst und mische diese Sauce jetzt mit der gesäbelten Rotwein-Reduktion. Und dann kommt das Fleisch dran. Auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen und im heissen Öl je nach Dicke auf beiden Seiten 3 bis 6 Minuten braten. Vor dem Anrichten lassen wir die Sauce noch einmal aufkochen, vom Feuer nehmen und die Markbeinwürfel hinein. Um Fleisch mit Bohnen und Pomme-Gaufret zu servieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine recht schöne Feiertag. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop 2 von Pomme-Chips in der Familienpackung, Natur oder Paprika statt 5,50 nur 3,90. Eine Goldstar-Schwarzwälder-Torte statt 7,80 nur 6 Franken. Goop-Quick-Schäufe per Kilo nur 17,90. Und noch morgen über morgen und am Samstag 2 Liter Up-Milch-Trink statt 3,50 nur 3,20. Avocados per Stück 1 Franken. Ein Mango für nur 1,60. Und Kiwis per Stück nur 40 Rappen. Auf Wiedersehen!